Hallo, meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu WWE 2K16, unserem kleinen King of the Ring Turnier. Weiter geht's an dieser Stelle. Mein Gegner ist wieder der Rewano. Ja, hallo Freunde. Und ja, das ist eins der ersten Turniere, die wir machen. Da kommen noch mehr Turniere. Wenn ihr die natürlich alle sehen wollt, dann könnt ihr natürlich ein Abo da lassen. Und dann seht ihr die nämlich auch, wenn die dann kommen. Abo da, bitte, bitte, bitte. Das kannst du bei Rewano LP oder bei Gamers Check LP oder was heißt oder und natürlich. Wir haben auch, ja, wir machen schöne Videos. Viele und viele Playlisten von jedem was dabei. Große, kleine Spiele, Spaß und Spannung. Genau, okay, dann würde ich sagen. Achso, ich muss dir eine Zahl sagen und zwar würde ich gerne von dir die 2 haben. Die 2? Sag mal bitte 2? Hallo. Was willst du haben? Die 2? Also 2, 2 habe ich. Und ich will von dir die 1, weil die 2 macht die 1 immer platt. Mhm. Mhm. Okay. Okay. Bin ja mal gespannt, was mich jetzt hier so erwartet im Kampf. Könnte ein schwieriges und spannendes Match werden. Ja, ich bin gespannt. Ich würde sagen, wir machen mal. Klick, zeig mal. 3, 2, 1, zeig mal. Oh, äh. Äh. Du musst auch drücken dann, X, ne? Ja. Ich musste ja natürlich wieder hier, äh, der Klamotten auswählen. Deswegen hat das ein bisschen länger gedauert. Gegen Russ. Russ. Säffe. Okay. Da bin ich gespannt. Der Kantolz gegen, ja, Verrückten würde ich sagen. Der hatte damals so den Verrückten-Style. Der konnte viel einstecken. Damals war es noch schön. Der kleine Mann kalt. Boah, Alter. Ab 5.1., liebe Leute, kommt WWE Network zu uns nach Deutschland. Ich freue mich schon wie ein kleines Kind drauf. Yeah, yeah, yeah. Endlich wieder regelmäßig das Westen-Style. Hast du damals das, ähm, das, ähm, Gas-Match geguckt, da? In den Keller-Match mit Undertaker Mankind? Das war geil, ne? Wo ja Undertaker den suchen musste. Das hat mir echt gefroren, du. Weißt du. Ah, jetzt muss ich mal eben kurz gucken. Oh. Du das immer alles schneller findest. Ah, das hat doch geklappt bei mir. In Control. Immer schön auf den Rücken schlagen. Der war schon wieder schnell dabei. Okay, meiner hat schon keine Lust mehr, okay. Ja, ja. Bam. Okay, der Mankind, wenn ich dir das so angucke. Du bist aber auch in Kantholz. So ein kleines bisschen. Aha. 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 Da, 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 da. Wer wirft dich durch die Ring-Ecke? Wir sehen, wie der läuft gerade, die Otto. Da, 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 da. Da, 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 da. Der Rewaldi und der Rewalski,ẩn wir, war endlich mal sein wahres Ich raus. Da, das hat wohl so gerne Pferd? Warum nicht schlagen? Ach, guck mal, du bist ganz gelb schon. Macht schon echt Spaß mit den Kontern. Das Problem ist, dass die ziemlich schnell aufgelutscht sind, die Dinger. Der haut ab, der haut ab, der kleine Mann. Ne, ja, das war echt geil jetzt von mir. Geht das wieder. Ja, und dann ist die Hälfte des Witzes halt auch wieder rum. Ne, das war jetzt einfach nur Glück, glaube ich, weil du hast dich gepackt und... Ja, aber ist echt krass, irgendwie finde ich, dass die... Weißt, ob die schneller sich auflösen oder so. Irgendwas ist doch anders da an dem System, oder? Boah, wir haben Glück gehabt. Ah, die sind schon wieder müde, die Jungs. Kannst du mir sagen, wo der sein S hat? Ich weiß das nämlich nicht. Ja, wo hat er denn sein S? Hallo, packst du dir mal? Ich glaube schon, sei doch nicht so. Haben mein S verschwindet. Ja, der macht schon dicke Aktion, der junge Junge. Ja, ein Wrestler hat dann nur vier zur Auswahl. Nee, leider hat er hier mindestens... Ich habe aber die andere Taste, guck, da ist ein anderer. Ja, aber eigentlich hat er so ein Wrestler hier im Spiel mindestens zwölf Stück Aktionen. Wenn ich so komme, ja. Zwölf. Ja, ich bin jetzt gerade echt froh, dass ich mein S nicht verbraucht habe, weil du hättest mich locker wieder gekontert damit. Oh, ich gebe mir schon einen Sack. Genau, du bist schon rot. Oh, oh, das sieht aus, als würde das wehtun. War das denn S? Hm, das war mein S. Das war das, was ist S. Das war mein S. Das kann man essen gehen. 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 So, aber er will den Finisher nicht machen. Ja, wir haben das auf den Stoernboot. Wo muss ich hin und sein? Oh, saure Wahl. Du machst den Soundgeist. Nee, ich habe auch so einen Sack. Wie geht es echt aus dem Sack? Ich habe auch nicht alles. Ach, nee, ich hasse. Ich hasse diese komische Aufgabe. Ich weiß es. Hallo. Steh ab. Steh ab. Steh ab. Steh ab. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. 3 Prozent was ich habe es ist also ich bin ja nicht in der Augenhöhe Mönchel gibt nicht auszahlen Jörg macht ein Verhältnis und leiser ich ich höre immer wenn man nicht mehr so händler die Tieter ganz lieb frage erhöhlich der Halbwahl der Wachen Echel und ja natürlich macht das mal wiederholen sich h Das ist doch schön. Das ist doch schön. Das ist doch schön. Ey, das war geil aus. Das hat irgendwas gehabt, ja. Shokeslam? Nein, er blockt. Er blockt mein Shokeslam. Oh, oh. Ah, die sind doch verboten. Warum machen die hier so alles verboten? Attacken. Unbelievable. Geil. Das ist ein Menker, der darf das. Der tritt auf meinen Arm. Ah, ah. Ja. Ja. Schönes Geriffel. Oh. Mein S hast du rausgehauen. Hast du mein S gekillt? Mach doch mal. Ah, dreckig und schlechter. Ah, man, shit. Das ist blöd. Ja, ja. Das ist jetzt nicht so gut für mich. Das war jetzt überhaupt nicht so gut. Das war nett. Komm, 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 komm. Mach irgendwas. Tu irgendwas. Hm. Aua. 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 Oh. Das tut weh, glaube ich, wenn du so mit dem Kopf auf den Boden fällst. ich ja was soll ich machen da steht immer über vorgestern geht doch aber du machst da auch die scheiße nein da kommt ja mit seinem lümmel da der auch eine aufgabe griff das ist ja der match der aufgabe griff ach geh weg lass mich in Ruhe ich ja ich ja nicht nein der insel hallo kleiner Drecksack guckt euch das an liebe Freunde der Onkel ey da covert er mich einfach mit seiner Ringrichter Uniform was machst du er macht gar nichts er wacht er wartet auf mich das war jetzt lustig ja 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 vorgestern und damals so mein Freund kommen wir mal was passiert ohr ich hasse es ich hasse es ehrlich du musst doch mal den Stick drehen du da so nee ich war ich war wieder in dem supergeilen komischen Modus da weißt du komischen Modus cool e Jetzt habe ich das auch mal gemacht. Ich habe Kreis gedrückt zur Kamera. Und was macht der? Er wirft dich einfach. Gibt es nicht. Ich fass es nicht. Ich habe Kreis gedrückt. Oh ja, klar. Was da rauskommt. Der Lappen, der. Unglaublich. Ja, ich heb dich mal hoch, weil ich es kann. Hier bin ich. Hier. Ja, ich habe es gesehen. Was hast du gesehen? Dass ich da bin? Ich habe ein Problem, weißt du? Du hast drei Balken voll. Ich habe nur noch Kohl 0,1,6. Und ja, genau das habe ich mir gedacht. Scheiße! Russo, Russo, EF, tu es! Lass den Menkein raus! Meiner spuckt. Und er wartet drei Stunden. Ja! Boah! 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 Boah, ne? Kreis! Ah, er kommt direkt raus. Scheiße, ey! I can't believe it, sagt er. I can't believe it. Ja, ich kann das auch nicht so manches nicht so glauben. Boah! Schön. Schön gewesen. Wäre ich schön geworden. Aber... Es geht... Oh, ne, 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 ne. Mein ist schon wieder versaut. Schwein. Boah! Mein Herz! Mein Herz! Ja, weil er schadet, weil er schadet, ja, weil er schadet. Was gut ist, du bist dann immer direkt, äh, wenn du keine Ausdauers, das ist auch gut. So, ein bisschen. Aber nur ein bisschen. Schöner Move, schöner Move. Was machen wir denn da? Geil, war das denn jetzt schon wieder? Haben wir uns wieder gegenseitig angefummelt, ey. Wahnsinn. Wahnsinn, ehrlich. Als hätte ich's kommen sehen, weißt du? Ich hab wieder Kreis gedrückt und hab auch so eine Scheiße. Wie geil. Ja! Ja, ja! Aber, 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 aber. Wär das Wörtchen, wenn ich wär, wären wir alle... Undertaker. Äh, ja. Oh, fuck. Undertaker. Oh, bitte, lass klappen. Ja, ja. Okay. One. Two. Ja! Yeah! Ja! Ja! Oh, mein S hat geklappt. Ah, traumhaft. Oh. Übel, ey. Übelst. Also, die kleinen, also, wo ich rauskommen wollte, das war so winzig, also, war ich Glück. Oh, geil. Vernichtet. Was dran, ja? Okay, dann war's das für heute wieder. Hehehe. Ich wurde mal wieder in den Boden gestampft. Und, das könnte ja, wenn du noch weiterverfolgen würdest, wie ich den Boden gestampft werde, dann könnt ihr ja einfach mal ein Abo da lassen. Bei Rewano LP oder bei Gamers Check LP oder und, meine ich natürlich. Und ein Däumchen und ein Kommentar vielleicht unter das Video, wie es euch gefallen hat. Und, ja. Dann würde ich sagen, sehen wir uns dann morgen wieder. Und tschö! Tschö!